Ich freue mich, dass Sie dieses Video angeklickt haben. Und? Ist Ihnen an diesem Porträt von mir, was auf dem Kopf steht, etwas aufgefallen? Wahrscheinlich nicht. Dann wechseln wir mal die Perspektive. Und? Verblüfft? Hatten Sie vorher schon bemerkt, dass es sich um eine Monsterfratze handelt mit verdrehtem Mund und verdrehten Augen? Was Sie noch mehr überraschen wird. Selbst jetzt, wo Sie es wissen, wird aus der Fratze wieder ein normales Gesicht, wenn wir Sie auf den Kopf drehen. Welche geheimnisvolle Eigenschaft Ihres Gehirns dahinter steckt, erfahren Sie in meinem Buch Du bist Magie. Die unglaublichen Fähigkeiten unseres Körpers. Und dort finden Sie noch weitere spannende Experimente zu den wirklich verblüffenden Tricks des menschlichen Körpers. Sie werden überrascht sein.